Ihr lieben Leute, der Tag ist gekommen. Das ist mein letztes Video auf diesem Kanal, oh mein Gott. Aber kein Grund zur Trauer, denn es war eine wunderbare Zeit mit euch zusammen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr diese Reise mit mir gemacht habt. Ich habe so viele schöne Sachen hier erlebt, so tolle Gäste gehabt. Und ich würde sagen, jetzt gibt es einen kleinen Ausschnitt aus Best-of und lustigen Momenten. Let's go! Hey Leute und willkommen bei einem neuen Video auf Bad Side Stories. Ich habe mir gedacht, heute machen wir... Alter, ich weiß nicht, ich habe direkt geredet. Flasche, so wie der Brustdrüse. Ne? Durch alleinigen Vanali... Vanaligen? Macht das jetzt schlau. Guckt mir Pornos von Seite, schlau. Pornos. Habe ich da Bisexualität gehört? Oh! Ich habe vergessen, was wir sagen. Ich gucke gerade, hey Lisa, du hier? Ich gucke auch gerade. Was für ein Zufall. Das ist natürlich ein Juck von heutchen. Die öffentliche... Herzlich willkommen in diesem Video. Es macht Liebe wirklich Blöscher. Was machen wir denn jetzt? War ich zu früh? Ich habe mal einen Film gesehen. Echt? Ich auch. Ich lächle dabei so schön. Wenn dir ein Einnahmefehler passiert und du vielleicht schwanger wirst. Ja, klar. Ich glaube... Ja, ich... Oh. Da, 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 da. Du. Ich komme mir unglaublich geeky dabei vor. Zack. Können Sie mir mal bitte Ihre Socken zeigen? Oh. Und dich mal dran riechen? Oder so Socken, wo das unten drunter 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 drunter. Ja, genau. Ich glaube, das sind Löscher drin. Oh. Hautschlau. Ich wusste, dass ich... Ich steine auf. Du hast hier schon so viele Sexfragen gestellt. Wer vögeln will, muss nett sein. Ja, ist ja auch so, oder? Ja. Also, ich habe gemerkt, wie versnobbt und abgehoben er war. Oh nein, das ist mein Handy. Du hast da vor einem Kick. Eine Salatburke. Kann ich sie mitnehmen? Warum geht das? Nein? Nicht zu früh juddeln hier, okay? Das war scheiße. Oh, mein Gehirn ist leer. Halt ich dich mal dahin. Im Guardian, Libby, sorry. Doch auch hier lauert die Gefahr von Anwendung. Anwendung, deswegen... Geil. Behind the scenes. Na, na, ihr Süßen. Wie man sich ein Video vorstellt, das sieht man dann online, wie es wirklich aussieht. Meine Beine schwitzen. In Deutschland völlig... Deutsch lang. Von Grammatik her. Deutsch. Soll ich nochmal vorbeischauen, oder reicht es schon für die Liebe auf den ersten Blick? Ich tue 146. Eigentlich ist er 30 Zentimeter lang. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Es ist schrumpft, es ist die Kälte. Alter, die Batterie ist leer, Mann. Nein, eigentlich ist es... Toni, in kompletter Ledermontur mit Nordheit. Nein, nein, nein. Mein Fazit. Wann habe ich irgendwas gesagt, was ich später bereue? Wau, 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 wau. In der Türkei kriegt man schon Spanien. Puh, ist das dein Ernst? Ich kriege es jetzt wirklich nicht mehr zu. Oh Gott. Ich werde alt. Hat man jetzt gar nur den Arsch so drauf? Das ist geil. Unsere Brust ist unsere Brust, meine Brust. Stellen sich die Brustwarzen auf. Mit dem... Ich habe kein Foto für euch. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Was ist hier los? Was ist das denn? Mir wird schon wieder nur geformelt am Set. Was ist das für ein Tanz? Gehört da dazu? Auch so tanzt? Nein, dass ihr so tanzt. Natürlich hört Bad Side Stories nicht auf, denn ich habe ja immer noch meine wunderbare... Silvi! Hallo! Hallo! Denn du wirst das Ding rocken. Ich glaube an dich. Und die Videos mit dir bis jetzt waren ja auch mega gut. Von daher, Leute, nicht verzagen. Silvi ist da. Und ich werde Inka mindestens genauso viel vermissen wie ihr. Ihr macht das, ihr schafft es alleine. Aber es wird cool. Also du musst natürlich weiter Abonnent des Kanals bleiben. Wir möchten alle deine Kommentare lesen. Aber natürlich. Und jetzt werde ich meiner Pflicht nachgehen und ein allerletztes Mal sagen, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn euch die Themen Liebe, Sex, Dating und Verhütung interessieren. Wir sehen uns in den Kommentaren. Tschüss! Tschüss, Leute! Und jetzt können wir den High Five machen. Guck! Achso! Mega gefamed, deswegen bin ich nicht mehr zu dir gekommen. Bitte! Bam! Boah, wir haben voll daneben gehalten. Boah, krass! Das war richtig gut. Das hat mit niemandem so schnell geklappt. Es war richtig. Aber super! Und jetzt habe ich,